Sie sind hier, 21. Juli 2018, 22.32 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Sanne Kaiser, er, siegte mit ihrer Partnerin Madeleine Meppling, Urheberrecht, Getty Image, Sanne Kaiser und Madeleine Meppling, machen das niederländische Beachvolleyballmärchen perfekt. Das Oranje-Duo gewinnt die Heim-EM nach einem klaren Finalsieg. Die Lokal-Matadorinnen Sanne Kaiser und Madeleine Meppling haben bei der Beachvolleyball-EM im niederländischen Den Haag den Titel geholt. Der Do setzte sich am Samstag im Finale mit 2 zu 0, 21.16 Uhr, 26 zu 24 gegen Nina Bettschart und Tanja Hüberle aus der Schweiz durch. Für Kaiser und Meppling war es jeweils der zweite EM-Titel. Beide hatten zuvor an der Seite von Marlin van Iersel triumphiert, Kaiser 2012, Meppling 2014, Bettschart, Hüberle hatten Viktoria Binek, Isabel Schneider im Viertelfinale ausgeschaltet. Die Weltranglisten dritten und top gesetzten Chantel Laberöhr, Julia Sude waren in der Runde der letzten 8 an Liliana Fernandes-Steiner, Elsa Barquerizo-McMillen aus Spanien gescheitert. Die Live-Spiele der Beachvolleyball-EM bei Sport 122.7.2018 Spiel um Platz 3 der Männer aus den Haag ab 18.25 Uhr im Sport 1 Livestream.